Verankerung von Objekten in Reuters LibreOffice 7.3 Was ist die Verankerung? Ein im Dokument eingefügtes Objekt, Bild, Rahmen etc. hat immer einen sogenannten Anker. Dieser Anker ist der Bezugspunkt, die Anbindung des Objekts im Dokument. Der Anker eines Objekts kann wahlweise an ein Element wie Absatz, Zeichen, Seite oder Rahmen verankert werden. Die Voreinstellung der Verankerung für Bilder Wählen Sie im Menü Extras, Optionen, LibreOffice weiter, Formatierungshilfen. Hier können Sie die Voreinstellung wählen, am Absatz, am Zeichen oder als Zeichen. Wählen Sie am Absatz. Ein Bild einfügen Setzen Sie den Cursor in den Absatz, wo Sie das Bild einfügen möchten. Wählen Sie in der Symbolleiste Standard das Symbol Bild einfügen. Im Dialog Bild einfügen wählen Sie das Bild aus, das Sie einfügen möchten. Klicken Sie auf den Button Öffnen, damit das Bild in Ihr Dokument eingefügt wird. Der Anker des Bildes befindet sich nun am Anfang des Absatzes. Sie können die Verankerung aber immer noch ändern. Verankerung des Bildes befindet sich. Vielen Dank.